Fühle alles, was dich je verletzt hat, all den Schmerz in deinem Inneren. Dann wird er wissen, was wir durchgemacht haben. Dann wird er, was wir durchgemacht haben. Dann wird er, was wir durchgemacht haben, was wir durchgemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Die Erkmalung des Chefs Die Erkmalung des Chefs und Hez gott, was wir durchgemacht haben. Untertitelung des ZDF, 2020